Das ist kein Obsidian, ne? Ist denn im Vulkan noch mehr? Superbild, ja. Genau, so sagst es. Und man sieht es auch im Chat. Also beide. Egal wo du schreibst, man sieht es im Chat auch im Stream. So, nice. Dann, ich glaube, hier habe ich jetzt einiges. Das fliegen wir mal zum Vulkan. Welche Richtung hier oder was? Ja, so. Ja, passt. Ich bin gespannt, wie das aussieht im Vulkan. Und du amüsierst dich am Crafting-Tabell. Ja, ja. Das darf freuen. Nach unten? Ja, genau, nach unten. Ist es denn heiß auf dem Vulkan oder auf dem... So wie in echt auch? Na, sollte ich ja schon. Ich bin gespannt hier. Da müsste ich ja dahin kommen. Okay. Bestimmt ist das Schnee-Vulkan. Das ist der einzige, was Sinn macht. Ja, gespannt hier. Also Richtung müsste passen. Da, das müsste der Vulkan dann sein. Das ist der eine, gibt es auch einen Vulkan, aber da ist... Gut, da ist es ja nicht wirklich tief. Mal schauen, wie es da ausschaut jetzt hier. Boah, wie viel Erz hier, krass, will er gar nicht vorbeifliegen, aber egal. Jetzt schauen wir erstmal noch, ob sie direkt... Metall habe ich ja jetzt sehr, sehr viel. Ja, das glaube ich dir mit deinem neuen 27-Zoll-Monitor. So geil. Ist ja echt krass. Ist ja echt krass. Wir sind overheating. 42 Grad. Uiuiui, was ist denn hier los? Okay. Da sind Kristalle. Scheiße, Alter. Was ist hier los? Wie will man da die Kristalle formen hier? Ohne zu sterben. Boah, sind hier viele Kristalle. 72 Grad. Boah, ich muss weg hier. Boah, das ist halt ein Vulkan, das ist ein bisschen warm, ne? Boah. Okay. Ich schätze mal, wenn du auf die Lava kommst, bist du sofort futsch. Sagen wir nur so, ausprobieren würde ich es nicht wollen. Nö, also, ne, ich nicht, ich suche jemanden, der das für mich macht. Du musst mal so schlitzig auf uns da wollen. Spring mal rein und guck mal, wie warm wird. Vom Käfig in den Vulkan rein. Aus dem Käfig direkt in den Vulkan. So, Mission Obsidian steht immer noch an hier. Hast du gesehen, oder was? Äh, ah, die da. Okay. Hier, ja, stimmt. Du machst das. Aus dem Käfig in den Vulkan rein springen. YOLO mäßig. Aber schon, aber schon nackert. Und vorher noch ein paar Schläge auf den Nacken Poppes. Mit der Steinschleuder. Ich glaub, zwei brauchst du für ein Polymer. Ja, es geht. Die Steine sind ja extrem flach. Es geht. Man muss halt genau hin starten. Und ich bin ein Mensch, der schaut oft weg. Klar, um auch zu lesen, was ihr schreibt. Aber auch so. Ich bin jetzt nicht so der konzentrierteste Mensch in einem Spiel. Lass mich schnell von allem ablenken. Sogar von mir selbst. Von meinem eigenen Schatten erstreck ich mich. Ich weiß, das glaubst du gar nicht, Keks, wieder. Ich bin immer sehr ein konzentrierter Pro-Gamer. Kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du mal nicht an das Spiel denkst. Ja? Nach dem Motto fokussiert und konzentriert? Ja. So, so kenn ich das von dir. Siehst du? Was gefällt dir, gell? Ah, die Gags, die Gags, die Domina. Na, das quellt ja. Das glaub ich. Ist die besser, die Italien hier? Nee. Jo, meine Metal-Pick ist kaputt, aber der Adler war noch eine. Wir exploren gemeinsam Shigo Islands. Da ist er. Bis mir so ein Alpha in die Quere kommt, dann war's das mit dem Exploren. Und der Mod war noch die Zugbrücken. Das ist cool. Genau. Zum Test stehen sie da, gell? Ja. So, genau. Also sprich, wirkliche Zugbrücken zum Auf- und Zugmachen? Also, so Klappbrücken, oder? Oder was ist Zugbrücke? Ja, Klappbrücken. Aha, geil. Das habe ich mir früher gewünscht, um einige Sachen frei zugänglich zu machen. Für meine Tiere, aber halt, dass die nicht von alleine die Bösen rüberkommen können. Das ist cool. Ist ja dann, ist ja eigentlich nur so wie eine Tür. Ja. In der Theorie. Eine Tür mit mehr Style. Ja. Ja, Arc macht schon süchtig hier. Besonders, wenn man immer sehr, sehr viele neue Sachen entdecken kann. Wie zum Beispiel neue Mods, neue Maps. Neue Patches kommen ja auch. Ich bin ja gespannt, wenn der nächste Patch kommt. Das ist ja momentan, sind wir schon bei 9. 2, 3, 1.9 spielen wir aktuell. Ist das Obsidian? Ich denke schon. Ja, das linke zumindest. Das andere weiß ich nicht. Das andere, glaube ich, ist normaler Stein, oder? Ja. Krass, Kekse. Noch gar kein Tier heute gezähmt, ey. Was ist mit mir los? Man gar nicht. So ein Superfabrikator musst du da auch hinstellen in einen Raum da. Wenn wir dann irgendwann mal ein Quessel haben, dann beginnt eigentlich das Wadespiel. Also das Wadethemen. Dann ist es ja schon wieder sehr einfach. Ja, ich habe hier gerade schon mal so in Weiser voraus, ich habe hier eine große Falltür da gelernt. Und dann eine schöne Tamingbox zu bauen. Stimmt, oder so ein, das könnte man ja auch für das andere Dach tun. So eine Scheune bräuchten wir dann. Können wir das von unten auf und zu machen, oder wie geht das mit dem auf und zu machen? Aus der Lucht dann? Habe ich keine Ahnung. Ich werde das schon feststellen. Nein, nicht absteigen. Spinnst du das in Wölfe? Ja, seit 2. Juni gibt es das hier, 2015. Ach, die sind hinterhergekommen? Wow. Aua. Meine HP ey, meine HP. Scheiße. Das ist trotz Flackrüstung, ne? 2 Wölfe zerreißen dich. Da musst du echt krass aufpassen. Ich finde die aber ganz gut so. Ja, das ist... Das ist für dich hier, Bloody Eyes, was der Vogel fallen hat lassen. das finde ich ganz gut so dass man nicht zu schnell zu stark wird das ist auch wieder langweilig das heißt wenn er recht häufig zukommt bist du eh tot oder so wie sind denn eigentlich die normalen airdrops ich weiß schon gar nicht mehr wie die sind kriegt man da auch sachen so überhaupt irgendwelche moin moin mac mill phanta gristisch schön dass du da bist wie jetzt wie stets wir kunden gerade die neue map aus obsidian habe ich jetzt insgesamt wie viel geholt obs obsi 247 von anfang nicht schlecht da ist noch ein bisschen was ist aber alles nicht so in übermengen enthalten hier wenn dann viele darauf spielen dann ist schon so eine sache mit dem ganzen so heute meine neue frau am start keksi man braucht ein bisschen abwechslung ist ja ist ja so gar nichts für mich ich habe so schön dass wir da sind aber das jetzt so nah schon wieder sind drei wölfe shit man diese wölfe sind krank diese wölfe sind kranke ja gandius prime gandimus prime danke dir danke dir für das für das kompliment hier mache ich also ich habe mich glaube ich in den letzten ja eineinhalb jahren nicht so stark verändert und wenn auch der gleiche komische gags geblieben ich weiß nicht kriegst du kipp mich ja von anfang an habe ich mich denn verändert so allgemein jetzt ja du bist viel negativer geworden deswegen bin ich in den atmen ne eigentlich nicht immer noch derselbe depot ja genau ja auf jeden fall danke dir gandimus prime ich probier's man verändert sich ja manchmal unbewusst und merkt es gar nicht deswegen frage ich ja immer aber ich meine was will den keksi sagen scheu er darf mit mir mitspielen er ist mord hier muss er das sagen was ich ihm vorgebe wird grad schon wieder rauschen im ohr keine ahnung irgendwas ist kaputt ja irgendwas geht immer kaputt bei ihm passiert 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 irgendwie kommst du nicht ganz zurecht hier adi mit ding mit 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 hit drüben was hast denn jetzt schon wieder gemacht ich habe den bot da noch nicht so noch nicht so konfiguriert ich hoffe mal dass ich euch